Nr. 9 und willkommen zurück. Wir machen jetzt ein bisschen Konvergenz in einem privaten Einsatzjob. Weiß nicht wie es läuft. Und was ist jetzt was für ein Foto? Also können wir noch nicht mampfen, weil das Teil noch da ist. Ja, ja, genau. So, jetzt, wen suchen wir jetzt? Der Mondritter, ja, genau. Ja, ganz oben. Minz ist Heilung. Ich bin über das Portal hergekommen, sobald wir eure astrale Faktion nicht verspielen konnten. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass unsere Verbindung zu Tyrion nicht abreißt. Die nächste Wegmarke ist etwas außer Reichweite. Also wird es mit den Wiederbeleben nicht einfach. Banne antaschen. Zum Glück hat mir Marbon ein paar Tricks beigebracht. Kannst du mich ruhig markieren, wenn du willst. Ich mache nicht,ändig. Ja, wie ist es, was sie jetzt tun. Ja. Ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn mir katapultische Steine ins Gesicht schleudern. Tut was dagegen! Die lassen so eine kleine Kugeln fallen, die könnt ihr aufsammeln und dann zur Kugel abbrechen. Oder sie heilt sich dadurch. Ja und denkt daran, wenn ihr angestanden werdet, dann verliert ihr sie. Dann verliert ihr sie, genau. Dann eher einmal mehr abgeben als einmal. Dann schreit sie auf. Dann schreit sie auf. Dann schreit sie auf. Dann schreit sie auf. Das war's für heute. Oh mein Gott, ja. Oh, einsammel, einsammel, einsammel. Und jetzt ist es wichtig, in den Kreisen, nur in den Kreisen zu gehen. Ja. Und im Süden. Oh, falsch. Oops. Oh, falsch. Oh, falsch. Oh, falsch. Oh, falsch. Oh. Missed. Oh, falsch. Oh. Oh, falsch. Oh, falsch. Ja, ja, das sind. 5 oder 6 große champions zu suchen jetzt weiter jetzt soll die fahre ab und wir kommen nicht mehr. Und wir einsammeln. Und wie ihn Lerner schon sagte, rechtzeitig mal wegbringen. Falls ihr im Wohnen liegt, ist das alles weg. Ihr könnt immer auch das Rutsch da hinten legen und dann schon aus der Luft können wir auch gleich die Gegner, wenn ihr wenig herkommt, beschießen, dann habt ihr nebenbei noch. Und dann wieder zurückfliegen. Das ist auch immer gut. Oh. Fuck. Ja. 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 Weil das erste nicht geht, wenn der ein Boss kommt. Weil der haut auch ganz schön weg. Weil der Dämonenritter nicht so stark ist. Das heißt, das ist noch ein einfacherer Rad. Das heißt, das ist noch ein einfacher Rad. Ja. 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 Es gehört, dass der unten ist. Ich. Oh. Welche Richtung. Wichtig. wieder oben So, jetzt kommt der Schiff. So, jetzt kommt der Ballet. So, jetzt kommt der Schiff. 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 Ja gut, dass sie so ein riesen 3D-Image von sich da projiziert, sonst wird man die 3D ja gar nicht sehen. Das ist aber auch schon etwas zu Minderwertigkeitsprodukt. Ja gut, dass sie so ein riesen 3D-Image von sich da projiziert, sonst wird man die 3D-Image von sich da projiziert, sonst wird man die 3D-Image von sich da projiziert. Unsere Gefallenen werden wieder belenkt. Ja, jetzt in den nächsten. Ja. 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 Die Dinger. Die einmal schön einsam. Und dann... Ich meine hier die Kreise. Wie im Fraktal. Äh... Wie im Fraktal. Ja. Ja. Ich meine hier. Da ist es so. Ja. 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 So, 52. 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 52. So, 52. 52. So, 52. 52. So, 52.